Ihr seid auf der Suche nach einer kleinen neuen PA-Anlage für die nächste Veranstaltung, für Live-Musik oder für DJ-Musik oder einfach nur für eure nächste Vete. Da haben wir was für euch, nämlich die MESA-Kompaktanlage. Willkommen zu einer neuen Showcase-Ausgabe aus dem Public-V-Studio. Wie schon angedeutet, heute geht es um die MESA-Kompakt-PA. Hier steht sie auch schon aufgebaut als 2 zu 1 Einlage, das heißt zwei Satelliten, ein Subwoofer, insgesamt 370 Watt, jeweils 60 Watt für die Satelliten passiv und 250 Watt hat der 10 Zoll Subwoofer. Die Hochtöner haben jeweils einen 4,75 Zoll Lautsprecher und einen 1 Zoll Hochtöner. Alles ist dabei, der Subwoofer, die Ständer, auch eine Abdeckung für den Subwoofer und nochmal eine Tasche, wie sie auch hier liegt, für die beiden Hochstände, auch inklusive der Kabel. Und es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, diese Anlage aufzubauen und zu installieren und die würde ich euch gerne zuerst mal zeigen. Hier seht ihr die zweite Möglichkeit mit einem Hochständer und der andere Lautsprecher ist direkt auf den Subwoofer draufgeschoben. Hier seht ihr einmal die dritte Möglichkeit, nämlich einfach beide Lautsprecher zusammengeschoben auf den Subwoofer. Vierte Möglichkeit wäre das Ganze als Subwoofer-Satellitensystem, wie man es auch von HK oder von anderen Firmen, von BOSE oder Ähnlichem kennt. Also einfach die Distanzstange wird zu dem Zweck direkt dran geschraubt und man hat dann die beiden Satelliten, die man ineinander stecken kann. Kommen wir zu den technischen Details, zum Verstärker und eben zu dem 8-Kanal-Mischpult, was eingebaut worden ist. Erstmal, wie man hier sehen kann, zwei praktische Tragegriffe. Der Subwoofer selber, also der ganze untere Teil wiegt ungefähr 14 Kilo, die beiden Top-Teile jeweils 2 Kilo. Das heißt, man kommt so auf 18, etwas über 18 Kilo Gesamtgewicht. Das Ganze aus ABS-Kunststoff. Hier, wie man sehen kann, gibt es vier Mikrofon-Line-Eingangskanäle erstmal und Kombi-Stecker. Das heißt, es lassen sich also Mikrofone, Gitarren, Bässe, Keyboards, alle möglichen Instrumente anschließen. Jeder Eingang hat dann erstmal auch einen einzelnen Lautstärkeregler. Dann lässt sich das Signal umschalten, ob es eben wieder ein Mikrofon oder ein Instrument ist, also ein Nein-Signal dementsprechend. Und es gibt für die ersten vier Kanäle dann eben auch einen Tonregler. Der funktioniert im Grunde wie ein Lautnisregler. Je weiter man ihn aufdreht, werden die Bässe und die Höhen erhöht oder stärker und die Mitten etwas abgesenkt. Das hat man so ein bisschen diesen Lautnisseffekt, wie man den auch von Stereoanlagen kennt. Ja, Kanal 5 und 6 ist dann einfach ein Stereo-Eingangskanal. Zusätzlich gibt es dann noch den Kanal 7 und 8. Das ist dann der reine Bluetooth-Kanal oder AUX-Kanal, dass man eben einfach ein Handy oder ein Tablet anschließen kann und über Bluetooth das Signal direkt laufen lassen kann. Es gibt aber auch zusätzlich noch einen Mini-Klinkenanschluss für das AUX-Signal. Und wie ihr sehen könnt, bei Kanal 5 und 6 ist dann die Eingangsoption 6,3 mm Klinke oder Cinch. Dann hat die Anlage noch einen Ausgang, wo das Signal leinmäßig zu einer anderen Anlage oder zu einem größeren Mischpult nochmal rausgesendet werden kann. Und da wir ja vorhin die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten gesehen haben, gibt es auch die Möglichkeit, diese Säule entweder Mono oder Stereo zu betreiben. Also entweder als 1.1-System oder als 2.1-System. Und zu guter Letzt für die Mikrofon- oder Leinsignale auch noch die Möglichkeit, einen Echo-Effekt einzuschalten und den auch in der Intensität regeln zu können. Soweit also schon mal die ganzen technischen Möglichkeiten. Zusätzlich, wie man hier sehen kann, gibt es ja hier zwei Löcher und da kommen die Satellitenboxen rein. Auch sehr praktisch gemacht, kann man die nämlich so reinschieben und dann einfach über eine Schraube sichern, sodass man dann die ganze Anlage nachher leicht transportieren kann. Das Ganze dann eben auch auf der anderen Seite. Hier sind auf der Rückseite nochmal kleine Buchsen eingelassen. Ja, und zu guter Letzt hier unten nochmal die Anschlussmöglichkeiten. Klar, der Stromanschluss, der Ein- und Ausschalter und dann jeweils die Anschlüsse für die Lautsprecherkabel, dass man eben zur linken und der rechten Seite die Lautsprecher anschließen kann. Zum Schluss gab es noch einen kleinen Höreindruck. Vielen Dank auch an Peter Fox. Die Aufnahme gemacht haben wir mit einem Neumann U87, was ja als sehr neutrales Mikrofon gilt. Kurz zum Abschluss noch, Frequenzgang der ganzen Anlage ist ungefähr von 50 Hertz bis 20 Kilohertz und mit einem Schalldruck von 123 dB. Wenn man die als Monosäule zusammenbaut, wie wir es vorhin auch mal hatten, liegt es sogar bei 130 dB. Den Zapfufer kann man einzeln regeln in der Lautstärke und es gibt auch eine Soft-Limiter-Funktion. Also wenn die Lautstärke zu hoch wird, regelt deshalb, wofür automatisch, die Lautstärke etwas ab. Ja, das war die Vorstellung von der Misa Kompaktanlage. Wir freuen uns natürlich sehr über eure Kommentare oder Anregungen, die ihr vielleicht dazu habt. Und ihr seid herzlich eingeladen, vor Ort bei uns die Anlage einfach zu hören und selber anzutesten. Zu guter Letzt noch ein Hauptargument. Die Anlage selber mit dem ganzen Zubehör, mit den Taschenkabeln und Ständern kostet noch keine 500 Euro. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zusehen. 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 Vielen Dank.